Als einer der weltweit führenden Hersteller von Fallschachtelkarton legen wir Wert auf die nachhaltige Produktion von hochwertigen Qualitäten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben wir uns zu einem Umbau in unserem Werk in Ahrensberg an der KM3 mit Voigt entschieden. Dank eines ausführlichen Audits im Vorfeld konnte ein zukunftsweisendes und kosteneffizientes Projekt entwickelt werden. Durch den Einbau neuer Komponenten im konstanten Teil, den Einbau eines neuen Stoffauflaufes sowie der Erweiterung der Entwässerungspartie konnte die Maschinenleistung sowie die Qualität erheblich gesteigert werden. Aufgrund der partnerschaftlichen Zusammenarbeit beider Projektteams konnte der Start der KM um 24 Stunden vorgezogen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017